Also ich weiß ja nicht, was ihr noch so macht, aber ich koche heute mit Ingo. Völlig richtig. Heute ist, weißt du was heute ist? Weihnachten. Ja fast. Nikolaus. Achso. Stimmt ja. Ich hab's schon rausgestellt. Heute erst? War nix drin, ne? War zu spät. Ja, war zu spät. Dafür kochen wir jetzt was leckeres, ne? Das ist richtig. Und zwar? Flambierten Kirschtart. Ist das so, Marcel? Ist doch richtig. Eierfüllung mit Mandeln. Wie ist das so? Ich glaub schon. Eiercremefüllung mit Mandeln. Und einen Teig müssen wir machen. Aber den können wir leider nicht abhaken, weil ich den schon tausendmal gemacht hab. Okay. Also weißt du wie es geht eigentlich. Ja. Das heißt wir sind heute auf drei, ne auf vier verschiedenen Seiten in dem Kochbuch unterwegs. Mhm. Das Kochbuch ist ja übrigens heute auch in der Verlosung im Adventskalender. Also lohnt sich heute auf jeden Fall, das Kommentar abzulassen. Ja. Auf jeden Fall. Da könnt ihr bis morgen noch mitmachen. Guckt da gerne nochmal das Video von heute Morgen. Oh, oh, oh. Are you ready for us? Oh, cause I'm ready for you and I'm for you. Are you ready for us? Be something new. Milch. Gift. Aber kochen wir die auf, wissen wir nicht. Wahrscheinlich, ne? Natürlich. Eier. Eier. Zitrone. Zitrone. Und weil wir ja gerade nicht in der Kirch-Saison sind. Kirch-Saison ist vorbei, ne? Ist Weihnachten jetzt. Schattenmorellen. Steht aber auch im Buch, dass man das im Winter gerne benutzen kann. Ein Traum. Vielleicht ja viele Zutaten. Ja. Und noch ein paar, die ich hier schon hab. Oh. Kirch und Wasch und Stein. Haben wir schon gemacht. Ist ja toll. Wein mit Zitronensaft und Zucker aufkochen. Da kommen die dann gleich rein und kochen 6 Minuten. Und dann müssen sie 20-30 Minuten abkühlen und rumstehen. Und in der Zeit machen wir dann den Teig und den ganzen Rest. Ja. Rotwein. Mh. Oh. Mh. Das ist ein guter französischer Wein, ne? Dornfelder. Dornfelder. Sechs Esslöffel Zucker. Ach so. Das muss ja aufkochen, richtig? Wein mit Zitronensaft und Zucker aufkochen. Ja, genau. Zitronensaft war zwei Esslöffel. Ja, aber viel Zucker, ne? Sechs, aber ist wie viel? Eins. Kirschen abwiegen, Kirschen abwiegen. Oh ja. Die machen wir. Können wir eigentlich schon direkt da reinhauen, oder nicht? Ja. Achso, da musst du erst warm sein. Zum Wegen. Ja, weil ich jetzt auch da reingeben kann. Ja, jetzt ist aber der Topf schon heiß. Den kannst du nicht auf die Waage stellen legen. Das wurde so spät. Das wurde so spät. Da haben wir so spät reagiert. Ja. Brauchst du einen Löffel, oder was? Ja, einen Löffel kannst du mir eigentlich von der Zitronen machen. Hier einen Zitronenlöffel. Oh, lecker Zitronenlöffel. Jetzt wird es ein Kirschenlöffel. Wie war es? 300 Zitronenlöffel. Das wird ein Kirschenlöffel. Kirschtitronenlöffel. 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 Schöner Kirschtitronenlöffel. Oh, hier riecht schon nach Wein. Es riecht so nach Kühlwein. Ja. Achso, stimmt. Du kannst jetzt hier. Diese Flambiersache, ne? Haben wir hier so einen Flambierer? Ja, eigentlich sollte man da nur ein Streichholz dran halten am Ende. Echt? Ja, wir gucken mal, ob das funktioniert, ob das brennt. Da steht 6 Esslöffel Zucker und da steht so viel Zucker, wie sie für nötig halten. Ja, gut. Mit Zucker und Butter, da ist sie nicht so. Who's going to know? 440 Gramm Mehl. Ah, schon wieder rausholen, das ist ja Quatsch. Rein, raus. Ingo, das ist ja Quatsch. Das Mehl in die Schüssel geben, Zucker und Salz untermischen. So, anderthalb. Noch einen halben. Dann eine große Prise Salz. Ah, hier. 4 Esslöffel gekühlte Butter und anderthalb Esslöffel gekühltes Pflanzenfett. Das geht viel besser, Mittag. Können wir schon mal ausstellen? Jo. Jetzt hast du aber volle Pulle angemacht. Achso, die hat das aus? Ja, ja, hast du ausgemacht. Du wolltest mich veräppeln. Kurz geschockt. Du wolltest mich verkirschen. Man denkt so, hä, das wird doch niemals einen klumpen. Ist ja trocken, ja. Achso, jetzt können wir zur Eiercreme hüpfen. Genau, das kannst du jetzt schon machen. Blopp. Rein damit. Bisschen höher. Hätte ich ein bisschen höher machen müssen. Guck mal. Hübsch. Ja, nicht schlecht. Oder ist der Backofen funktionieren, ne? Gut, ne? Ja, also beim letzten Mal hier sah das alles ein bisschen anders aus, ne? Der Herd ist vorübergehend außer Gefecht. Wenn ihr nicht wisst warum, guckt euch gerne die letzte Folge an vom Mittwoch. Sehr spannend. Sehr spannend. Auf jeden Fall würde ich da heute lieber nicht dran rumdrehen, bevor der repariert oder ausgetauscht wird. Aber wir haben Ersatz. Heiße Milch auch noch. Boah. 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 Strahl kann man gar nicht machen. Ist aber schon dicker, ne? Ne, eigentlich ist es sehr dünn. Bisschen ist schon. Bisschen dick. Bisschen. Bisschen. Drei Prozent. Dann versuche ich mal das da rein zu... Manövrieren? Muss man warm werden, muss man blubbern. Nein, das soll doch nicht kochen. Nee. Zwingo, Zwingo, Zwingo. Rein damit. Aber wir brauchen 60 Gramm gemahlenen Mandeln. Und ich habe nur gehackte Mandeln. Das heißt, die raspe ich noch mal schnell hier durch. Oh, ne. Oh, ist doch gut. Schön cremig, ne? Ja. Ganz lässig macht es. Zwei Teelöffel Vanilleextrakt kannst du schon mal machen. Oh. Riecht vanillig, ne? Butter rein. Darf nie fehlen. Darf nie fehlen. Klümpchen. Drei dicke Klümpchen. Wo kommen die denn her? Kirschwasser. Was da alles jetzt drin ist... Verrückt, ne? So. Rein mit den guten alten Mandeln. Oh, jetzt kommen Klümpchen. Ach nee, das sind ja die Mandeln. Jetzt war ich gerade kurz. Diese Klümpchen. Die Klümpchenangst. Die abgetropften Kirschen unter die Creme heben und die Mischung auf dem Teigboden verteilen. Den Backofen auf mittlere Temperatur vorheizen. Haben wir auch schon gemacht. So, dann kannst du drunter heben. Ja, heb, heb. Bei abgewendetem Gesicht mit einem Streicher. Ja. Darf man das nicht sehen? Das darf man nicht sehen. Dann schön verteilen und dann noch mal rein damit. Jo, okay. So, können wir es so lassen. Schön platt gewalzt. Jetzt. Feierabend. Bon appetit! Nur mal so'n Test. Wenn's brennt, was macht man drauf dann? Nichts. Wir können einfach hier das drauf. Das soll ja immer weiter brennen. Man soll's doch brennend servieren. Und zum Tisch tragen. Ohne zu gucken. Oh oh. Guck weg. Nee, guck lieber hin. Sonst wissen wir es ja nicht. Oh Gott. Hä? Was ist denn da los? Das brennt nicht. Hä? Das ist ja komisch. Ich mach das gar nicht drauf. Sonst schmeckt das nur nach Alkohol. Und dann ist es auch so matschig, wenn es gar nicht brennt. Wir machen Zucker drauf und keinen Alkohol mehr. Aber warum brennt das denn nicht? Gott, was ist denn jetzt passiert hier? Heißes. Jetzt ist das ganze Ding plötzlich so weiß. Siehst du das? Mhm. Naja. Das war schön. Probier mal. Ja. Mach ich doch sehr gerne. Das heiße Ding. Mhm. Dampft ja ganz schön hier. Dampft ja ganz schön hier. Mh. Mh. Ja. Ich mag das aber. Es ist halt nicht wie ein komplettes Werk. Sondern wie ein Boden mit Brei drauf. Ne? Ja. Das ist irgendwie komisch. Aber... Auch nicht. Unbedingt schlecht. Schlecht nicht, ja. Ich kümmere mich am besten ab, wenn man einen Mund hat. Ich kümmere mich am besten ab. Bon Appetit! Ja krass. Wie gehen die Dosen hier? So eng! Mh. 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 Mh.